Aus dem TC Versuchslabor Wir haben heute zwei Versuche zum Thema Sickerwasser an Duschrinnen vorbereitet. Die Sickerwasserentwässerung oder auch Sekundärentwässerung wird in der Abdichtungsnorm für die Entwässerung von zusätzlichen Abdichtungsebenen gefordert. Diese Norm, die DIN 18195, stammt aus der Zeit, in der Badezimmer nur unterm Estrich mit einer Bitumenschicht abgedichtet wurden. Heutige Verbundabdichtungen sind in dieser Norm noch nicht berücksichtigt. Hierzu haben wir ein kleines Experiment vorbereitet. Der Versuchsaufbau Für unseren Versuch haben wir zwei Becken jeweils mit einer Duschrinne ausgestattet. Nach der ordnungsgemäßen Abdichtung wurden die Fliesen im Dünnbettverfahren verlegt. Wir haben Glasfliesen verwendet, damit kann man sehen, was unter den Fliesen passiert. Im ersten Versuchsbecken haben wir eine Duschrinne mit fugenlos geschlossenem Rinnenkörper verbaut. Also eine Duschrinne ohne Sekundärentwässerung. Die Fliesen wurden mit einer Standardfuge für den Nässe beanspruchten Bereich verfugt. Die Fuge zwischen Rinnenkörper und Fliese ist mit Silikon geschlossen worden. Im zweiten Versuchsbecken haben wir eine Duschrinne ohne Aufkantung verwendet. Diese wurde so verbaut, dass an der Duschrinne eine offene Fuge, die sogenannte Sickerwasseröffnung, verbleibt. Durch diese Fuge soll nun Wasser, welches unter die Fliesen gelangt, in die Duschrinne abfließen können. Übrigens haben wir den Fliesenkleber mit dem Zahnspachtel bewusst in Richtung der Rinne aufgezogen. Das war Absicht und geschah entgegen der landläufigen Praxis. Wenn Wasser oder Feuchtigkeit unter den Fliesen zur Rinne abgeführt werden soll, dann am wahrscheinlichsten in dieser Verlegesituation und nicht, wenn der Fliesenkleber auch noch quer durchgekämmt wurde. In der Praxis wird vom Fliesenleger immer eine möglichst hohlraumfreie Verlegung angestrebt. Für unseren Versuch verwenden wir eingefärbtes Wasser. Der erste Versuch beginnt. Wassermarsch. Das Wasser fließt über die Fliesen in den Rinnenkörper. Aufgrund der Länge einer Duschrinne staut es beim Abfließen im Rinnenkörper an und fließt erst dann in den Bodenablauf unter der Rinne. Auf den ersten Blick kann man nicht erkennen, dass Wasser unter die Fliesen sickert. Unser gelb-grünes Wasser ist fluoreszierend. Damit können wir unter Schwarzlicht auch kleinste Undichtigkeiten erkennen. Sie sehen, man sieht nichts. Durch die Fugen und durch den verschlossenen Rinnenkörper konnte fast nichts in den Untergrund einsickern. Doch mit der Zeit können Fugen reißen. Was passiert dann? Also, wir müssen der Zeit mal etwas nachhelfen. Den Hammer bitte. Mit Hammer und Schraubenzieher zerstören wir eine Fuge. So, die ist kaputt. Nun wiederholen wir den Versuch. Auch jetzt kann man noch kein Einfließen von Wasser beobachten. Trotz der zerstörten Fuge kommt es noch nicht zu einem massiven Wassereintritt. Das vergütete Fugenmaterial ist so ausgestattet, dass es nur winzige Mengen an Wasser durchlässt. Die heutigen Fugen bleiben zudem diffusionsoffen. Das bedeutet, Feuchtigkeit kann durch die Fuge zur Luft hin wieder abtrocknen. Und auch unter Schwarzlicht wird klar, trotz der zerstörten Fuge kein Wassereintritt. Was passiert nun bei unserer Rinne mit den Sickerwasseröffnungen? Wir wiederholen den Versuch. Auch hier fließt das Wasser über die Fliesen in die Rinne. Und hier entfalten die Öffnungen im Rinnenbereich eine ganz unerwartete Wirkung. Wenn das Wasser sich in der Rinne staut, reicht es an die Fliesenebene heran. Und jetzt kommt das Überraschende. Durch die Öffnungen, die eigentlich entwässern sollten, wird nun schmutziges Duschwasser direkt unter die Fliesen gesaugt. Hier wirkt das Phänomen des Kapillareffekts. Nehmen wir einmal das Schwarzlicht zur Hilfe, um dies zu verdeutlichen. Die Feuchtigkeit dringt mehrere Zentimeter in das Mörtelbett ein. Und der Kapillareffekt verhindert, dass das Wasser über das Gefälle wieder in den Ablauf zurückfließen kann. Schlimmer als die Feuchtigkeit sind hierbei Verunreinigungen, die mit dem Duschwasser unter die Fliese gelangen können. Bei Rinnen ohne durchgehenden geschlossenen Rinnenkörper ist es daher empfehlenswert, dass keine Sickerwasseröffnungen oder Kanäle unter den Fliesen verbleiben, da es sonst zu Hygiene und Geruchsproblemen kommen kann. Sickerwasseröffnungen sollten daher mit einem geeigneten Abdichtmaterial verschlossen werden. Fazit, das heutige Fugenmaterial ist so gut, dass nur minimale Wassermengen durch die Fugen eindringen können. Diese Feuchtigkeit trocknet durch die Fugen wieder ab. Selbstverständlich kann man über die Nutzungszeit einer Dusche nicht garantieren, dass Fugen und Fliesen 100% dicht sind. Daher ist eine Abdichtung unter dem Fliesenkleber unbedingt notwendig. Festzuhalten bleibt nach diesen Versuchen Erstens, die Wassermenge, die über defekte Fugen oder nicht komplett wasserdichte Fliesen eindringen kann, ist geringer als die Wassermenge, die über Sickerwasseröffnungen unter die Fliese gelangt. Zweitens, Sickerwasseröffnungen in Duschrinnen führen das Wasser nicht ab. Was bei der Verfliesung von Terrassen und anderen Flächen im Außenbereich noch sinnvoll sein kann, führt bei der bodenebenen Dusche zu Problemen. Egal, welche Bauart von Duschrinnen verwendet wird, Öffnungen und Hohlräume im Rinnenbereich sollten in jedem Fall dauerhaft geschlossen werden. Willkommen im R Clem von der Ver運zen